Hier kommt ein kleiner Film über den Zwiebeltag in Allian am 11.11.2023. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zeigen wir Ihnen einen Film, der von einer besonderen Tradition in einem kleinen Dorf erzählt. Es geht um die Zwiebeln von Tulpen und Chrysanthemen, die am Samstag, den 11.11.2023, dem magischen Tag, durch das ganze Dorf verpflanzt wurden. Können Sie sich vorstellen, wie ein Dorf aussieht und riecht, das im Frühling von blühenden Pflanzen übersät ist? Denn diese Blumen sind nicht nur ein schöner Anblick, sondern auch ein Symbol für Gemeinschaft und die Freude am Leben. Nach der Pflanzaktion trafen uns alle im Feuerwehrhaus der Gemeinde, wo wir, passenderweise, einen vorzüglichen Zwiebelkuchen genossen, der einmal vegetarisch und einmal original zubereitet wurde. Der vegetarische Zwiebelkuchen ist eine leichte und gesunde Alternative, die auch den Gaumen verwöhnt, während der originale Zwiebelkuchen ein deftiger und würziger Genoss ist, der die Herzen erwärmt. Lassen Sie sich von diesem Film verzaubern und erfahren Sie mehr um die Schönheit und das Leben in diesem idyllischen Ort. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Zwiebelkuchen Was ist denn bodendicht oder wie? Ja! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Das war's für heute. Musik 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 Musik